The winner's ceremony, the Audi FIS Key World Cup of the Strong Idol 2012 LALOM Ladies. Auf dem dritten Platz, in the third place, representing Austria, für Österreich Malis Schild. Auf dem zweiten Platz, in the second place, representing the United States of America, für die fernsten Staaten von Amerika. The winner of the Audi FIS Key World Cup of the Strong Idol 2012 LALOM DER DAMEN. Welcome Ladies, Representing Canada, Hilara Erin Mildred. Da sind sie die drei festplatzierten Damen des heutigen Filialands. Ein fährlicher Moment für das kanadische Skilteam, Erin Mielczynski!